Hallo und willkommen zu Gravity's Plus. Wir haben diesmal wieder Rucksäcke für euch, nämlich das neue Line-Up von Captain & Son, den Malmö und den Bergen. Was alles in diese Rucksäcke reinpasst, seht ihr jetzt. Als erstes schauen wir uns den Malmö einmal genauer an. Unten verstärkt, dass er auch ordentlich stehen kann. Der ist außen so ein bisschen mit Textil verarbeitet. Dann haben wir hier vorne das erste Fach. Da kann man Dokumente oder auch Schlüssel reinwerfen. Hier hinten haben wir nochmal ein kleineres Fach, wo man zum Beispiel ein Ladekabel unterbringen kann für einen schnellen Zugriff. Und dann haben wir hier oben den Zugriff auf das Hauptfach. Da haben wir auch überraschend viel Platz drin. Ich dachte wirklich, es wäre kleiner. Ein Fach für das MacBook oder ein iPad. Dann könnt ihr hier vielleicht noch eine Flasche Wasser oder eben das Netzteil transportieren. Und wir haben dann hier noch einmal ein Fach mit Reißverschluss geschützt. Da können wir dann auch nochmal getrennt Kabel oder Vergleichbares unterbringen. Finde ich sehr cool aufgebaut, sehr schöner Rucksack. Aber dann gehen wir jetzt auch über zum größeren Bergen. Der bietet etwas mehr Stauraum als der Malmö. Nämlich 11 Liter im Vergleich zum Malmö, der nur 10 Liter bietet. Aber der größte Unterschied ist in dem Fall, dass hier ein 15 Zoll Laptop drin Platz findet. Der Malmö ist für 13 Zoll ausgelegt. Wir haben hier auch ein paar mehr Fächer. Zum einen an der Seite auch die Möglichkeit für eine kleine Wasserflasche oder hier was schnell reinzustecken. Ein Fach im vorderen Bereich, um hier auch wieder Schlüssel, Kabel und ähnliches unterzubringen. Dann drehen wir ihn einmal um. Im hinteren Bereich haben wir hier kein Fach. Dafür ist das Hauptfach aber ein bisschen größer. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Von der Verarbeitung her im unteren Bereich haben wir hier auch so eine ähnliche Textilverarbeitung wie bei dem Malmö. Dann schauen wir einmal in den Rucksack hinein. Und da haben wir dann hier auch wieder ein Fach für Laptop. Hier können wir wieder eine Wasserflasche unterbringen. Und hier auch wieder ein ähnlicher Aufbau wie beim Malmö, der Reißverschluss für eine separate Innentasche. Also auch sehr schöner Aufbau, sehr cooler Rucksack. Kommen wir zu meinem kleinen Fazit zu den neuen Kappen- und Zahnrucksäcken. Ich finde die Rucksäcke sind eine super geile Kombination aus ebenem coolen Look und viel Stauraum. Also eine sehr, sehr schöne Kombi. Solltet ihr am besten einfach einmal ausprobieren und euch selber davon überzeugen in einem der Gravestores. Ich wünsche viel Spaß dabei und sage ciao, ciao.